Also, jetzt haben wir ihn endlich von seinem schrecklichen Dings befreit. Und jetzt muss er auch gewaschen werden und gepflegt werden. Er hat leider so viele Hauten da drunter. Jetzt muss er mal dann wieder einen Schampern. Das mag er nicht so gerne. Das ist ein Shampoo, das für die Haut gut ist. Damit auch diese Wunde da behandelt wird. Das ist auf alle Fälle mit den Flügelblekken. Das ist ein Hund da verheiratet.